Im Namen der Universität Wien und als scheidender Rektor begrüße ich Sie sehr herzlich zur heutigen Feier, nämlich zur Inauguration des neuen Rektors Professor Heinz Engel. Ich übergebe meinem Nachfolger das Rektor-Zepter der Alma Mater Rudolfina Vindo Boniensis. Das Zepter ist Symbol der Autonomie der Universität. Ich übergebe meinem Nachfolger die Rektorskette der Alma Mater Rudolfina Vindo Boniensis. Die Rektorskette ist Symbol der Autonomie der Universität Wien. Ich wünsche ihm und dem neuen Rektorat Glück, Kraft und Segen. Wie es der Tradition der Universität Wien entspricht, überreiche ich nun meinem Amtsvorgänger das Rektors-Erinnerungszeichen der Universität Wien. Es erinnert einerseits an das Wirken der Vorgänger, ist aber insbesondere der Eindank der Universität für dein erfolgreiches Wirken beim Führen der Universität in die Autonomie und auf dem Weg weiter zu einer international anerkannten Europäischen Forschungsuniversität. Applaus 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 Amen.